WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Stehe ich, reu an eurer Seite, zur Verteidigung Jarras. Wir bringen Opfer im Namen des Fortschritts. Guapo, hört zu, Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg, noch eine Kantina, noch einen hässlichen Barmann. Die WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR. Guillouin! Komm, komm, komm! Das war's für heute. Das war's für heute. Sogar selbst gebastelte Fahrzeuge. Du wirst es lieben, Dunny. Bock auf ein Tänzchen? Das sind die Supremo-Rucksäcke. Handgefertigt von Onkel Juan. Jeder Einzelne gibt dir das Gefühl, mit der Kraft deiner ganzen verdammten Guerrier Armee zu kämpfen. Das hier ist genau dein Ding, ich weiß es. Und du weißt es auch. Du bist eine Guerriere, und für eine Guerriere ist der Ich-Kack-Nir die Hose raus eines Überfalls. Der süße Geschmack des Sieges, nachdem man sein Volk von Tyrannen befreit hat. Das ist für Sie. Es ist... Spaß. Jada, Salsa. Let's spill this top. So, we got everything we need to do. Let's do the Sausura nail guard. Washing machine. Suing machine. Loads of nails. Two cans of sardines. And... Oil. Always oil. Let's do this. Look at this baby. Should we try? Du bist eine Weise, see? Wieso willst du weglaufen? Vergiss nicht, Dani. Castillo hat dich zur Weise gemacht. Ich sehe nur dich. Also, wieso bist du hier? Ich sah, wie Castillo den Befehl gab, ein ganzes Boot voller Menschen zu erschießen. Und jetzt suche ich Leute, die mir helfen, ihn umzulegen. Okay. Okay.